Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Ab heute sind wir vier Tage im Schwarzwald unterwegs und zwar durch Wald und Reben. Heute ist die erste Etappe von 27 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese so ist, dann bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. 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 Ab heute sind wir. Ich bin vier Tage im Schwarzwald unterwegs. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.